wieder zu hause david na mein freund na cool so sind wir mal wieder hier sehr schön Thema Heimspiel Freunde am Samstag ist es soweit bis Freitag habt ihr noch die Möglichkeit hierher zu kommen in den geilsten Laden in der Stadt Punk, Hardcore, Metal kauft euch noch ein schönes Ticket bevor sie alle sind bis Freitag habt ihr noch die Möglichkeit und dann sehen wir uns beim Heimspiel und wir freuen uns drauf und wir freuen uns auf euch